Hallo Freunde der Virtual Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Wir zocken zusammen, Raytropolis 2 und ja, auf meinem Kanal habt ihr schon Raytropolis 1 gesehen, da gibt es zwei Teile von, könnt ihr euch mal anschauen, werde ich unten in die Beschreibung packen und auch in die Infobox, ja, richtig cooles Point-and-Click-Adventure in VR, ja, ich hab Point-and-Click-Adventure früher geliebt, egal ob Monkey Island, Zack McCracken, Indiana Jones, was es da alles gab, ich hab's echt durchgesuchtet und hatte da richtig viel Spaß bei und ja, sowas in VR zu erleben ist natürlich auch cool. Wir zocken den zweiten Teil und das ist ein Early Access, ist aktuell auch nur in AppLab verfügbar für 24,99€, es wird vier Episoden geben und wir können aktuell nur Episode 1 spielen, es gibt noch keine deutsche Textübersetzung, außer das Menü, aber das folgt noch, also sie sind immer noch, ja, dabei, alles in die Wege zu leiten und Übersetzungen einzufügen und so weiter und so fort und wurde mir auf jeden Fall bestätigt, dass Deutsch auch Teil davon ist und das auf jeden Fall, ja, noch implementiert wird. Ja, um was geht es sich? Wir sind ein ehemaliger, ja, Roboterpolizist, Ritterpolis ist eine Roboterstadt und wir sind geheim, äh ne, nicht Geheimagent, sondern Privatdetektiv geworden und bekommen irgendwann Besuch von einer Jenny Montage und die ist ein Filmstar und sie will uns engagieren, um das Nucleus Sapphire zu finden, also ein Energiesaphir, so wie ich es verstanden habe damals und der wurde ihr entwendet und den braucht sie unbedingt. Ähm, jetzt Spoiler für die Leute, die Teil 1 nicht gesehen haben, sollten dann definitiv dann, äh, ja, ausschalten oder, ähm, ja, weiter skippen. Am Ende finden wir den, äh, Nucleus Sapphire, aber es ist zu spät, ähm, es ist eine Energiequelle für sie, sie schaltet sich ab und verliert dadurch ihr, ähm, ja, ihr Gedächtnis und, äh, eigentlich haben die beiden sich verliebt und, äh, ja, das hat sie dann aber auch vergessen und so endet das Ganze dann auch. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, äh, ich bin auch gespannt, ob ich mit den englischen Texten jetzt klarkomme, das, äh, werden wir gleich feststellen. Ich versuche es auf jeden Fall so gut wie möglich, äh, dann auch, ähm, ja, zu übersetzen, wenn ich, wenn ich es kann. Und, äh, ja, wir haben hier ganz klar, äh, ganz einfache, ähm, Mechaniken. Wir haben den, äh, Trigger oder den, äh, nicht den Trigger, den Thumbstick, den können wir zum Drehen benutzen. Wir können, äh, über den Trigger Sachen zu uns ziehen und, äh, ja, damit interagieren. Ist eigentlich ganz, ganz einfach. Und, äh, ja, neues Spiel, neues Glück. Episode 1, wie wir hier sehen. Es wird vier Episoden geben und, äh, ja, die sind im Inhalt, wenn ihr die 24,99 einmal bezahlt habt, habt ihr die definitiv mitgekauft und, äh, die werden dann nach und nach freigeschaltet. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei Episode 1. Da kommt unsere VR-Brille und los geht's. And for a short and fleeting moment, I was happy. Genau, da sehen wir sie beiden. I was still a nobody. But I had Jenny. The one and only Jenny Montage. After she lost all of her memories, she needed someone. And I was there. I kept her safe. I kept her company. I told her stories about the city. We spent hours together. Just talking and laughing. That is schon cool inszeniert, find ich. But I kept silent, when she asked me, who was the man we buried in the Wasteland. Genau, wir haben den bösen Boss von ihr beerdigt. I was wrong. Her urge to know, let her away. Also, das ist nicht weggegangen. Ich wusste ganz, dass wir hier einen Horrorfilm haben. Hello? Philip, Philip, I'm in trouble. It's the magician. He's after me. You've got to help me again. Oh je. I searched for her. Day and night. I did everything I could. But it wasn't enough. I was just a single cock in a gigantic machine. Jenny Montage ist weg. Also, wir müssen sie suchen. Haben sie schon cool gemacht. Ich mag das Design auch total. Alles, was ihr hier seht, ist wirklich selbst in VR gezeichnet worden. Das habe ich im Teil 1 auch schon gesagt. Muss man aber echt nochmal hier hervorheben. Bluescreen. Ist schon verdammt cool gemacht. Schön wie es so alles im Intro einbauen. Gefällt mir. Episode 1 Episode 1 Es ist fast ein Jahr, seit Jenny erneut. Und jedes Mal, ich denke, dass ich nahe bin, wird es nur noch ein anderes Tod sein. Was ist passiert? Warum kann ich sie nicht finden? Was habe ich verloren? Wir sind wieder in unserem Apartment. Was für cool ist, ist mir im ersten Teil auch direkt aufgefallen. So was finde ich echt cool, wenn man hier selber sein Spiegelbild sehen kann. Ich habe den ersten Teil als PC VR Version gezeigt. Es wurde mir bestätigt, dass es auch noch auf PC VR erscheinen wird. Aber Hauptaugenmerk ist erstmal die Quest Version. Und ja, wie wir sehen, also es läuft ganz gut auf der Quest. Es sieht auch vollkommen in Ordnung aus. Mehr muss es ja auch nicht haben. Mehr an Grafik. Das Spiel braucht jetzt keine AAA Grafik. Sondern lebt wirklich von dem Humor, von der tollen Optik, finde ich. Also Optik hat nicht immer etwas mit guter Grafik zu tun. Aber ich mag diese Optik einfach. Könnt ihr auch gerne mal in die Comments schreiben, was ihr davon haltet. Ist das auch euer Fall? Sagt ihr, boah, echt cool. Ist halt etwas einzigartiges. Es ist nicht irgendwelche Sachen aus dem Asset Store gekauft, sondern die haben wirklich alles selbst gezeichnet. So, jetzt legen wir aber mal los mit dem Spiel. Schauen wir mal, was wir machen können hier. Ich hasse diesen Mannen. Warum hat er mich immer herum? Er hasst dich selber. Ich lasse alles so, wie es war, für den Tag, wie sie zurückkommt. Er hat alles so gelassen für den Tag, an dem sie dann wiederkommt. Weil hier... Oh! Ihr Parfum. Kann ich das auch benutzen? Ah, guck mal. Ah! Leicht so, wie die 40 Geruch. Wir haben ein Inventar. Ich schaue mal, ob ich das ins Inventar packen kann. Da ist unser Inventar. So, hier haben wir auch das, was wir machen müssen. Review the Facts. Find Connections. Wir klicken aber erstmal alles an, was wir hier so haben. All they write about is the energy crisis. Nothing about Jenny. Maybe later. Die rauchen hier so Schrauben. Auch nicht schlecht. I've been drinking way too much lately. Er trinkt viel zu viel. No. I wanna stay focused for a change. Pizza. Pizza geht immer, oder? Mit einer IP-Adresse. Da kannst du direkt bestellen. Perfekt. It's five days old. And it smells funny. Pizza Fungi mit Schrauben drauf. Oh. Please, Philip. Stop. Nein, du isst das auf. This. This is a new loaf for me. Neuer Tiefgang für ihn. So, jetzt haben wir hier noch Fotos liegen. Wir haben hier eine tolle Wand, ne? Die ich eben gesehen habe. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Ich habe gehört, dass du den Magister in einer seiner illegalen Show finden kannst. Aber du musst als Teil einer secreten Gesellschaft sein, um ein Ticket zu bekommen. Jenny Montage. Der berühmte Filmstar. Sie ist nicht wie irgendeinem Roboter in der Stadt. Es fliegt eine andere Energie durch. Sie fliehen durch. Ich konnte nicht, woher sie ist. Die Faktoren in Metropolis machen nicht Roboter wie Jenny. Kann ich das denn aussuchen? Wohin die? Senator Merrick. Jennys Ex-Husband. Der Basterd versucht, sie zu schüttern und sie zu verlassen. Das war der Typ, den wir doch beerdigt haben, oder? Da bin ich mir eigentlich sicher. Guck mal, ob er das da hin... Ah, ne, okay. Also es ist vorgegeben, ne? Töne Roboter können nicht für den Magister gehen. Genau, das war der Typ. Schon was länger her. Der Sapphire Nucleus. Jennys Power Gem. Genau, den haben wir gesucht. Haben wir am Ende gefunden. Von Teil 1. Aber leider zu spät. Aber sie haben wir trotzdem irgendwie zusammengefunden, ne? Der Sapphire Nucleus ist Jennys biggest secret. Und sie wehrt es direkt auf ihrem Kopf. So, jetzt können wir hier... Können wir hier die Dinger nehmen. Und Verbindungen setzen. Zack. So, jetzt können wir da und den Power Gem noch verbinden. Jenny kann nicht mehr als 24 Stunden ohne die Energie, die aus dem Sapphire Nucleus rauskommt. Und wenn sie sterben, die wehrt es, kann sie zurück zu Leben bringen. Genau, 24 Stunden konnte sie damit ohne. Und danach schaltet sie sich halt ab. Ja, den setzen wir dann nochmal hier hin. Die Magik und der Magik und der Magik waren zusammen. Der letzte Verkauf war die Politik für Jennie Montage. von der Power Gem. Oh. Ja, komm. Hallo? Ich hab's cool gemacht mit dem Ton. Ich hab mein Auto. Ich kann dich überall treffen. Wie geht's mit dem Elektro-Barn? Ich hab's später in der Nacht. Und nicht zu viel trinken, 109. Ich brauche dich stark. Wir sollen nicht zu viel trinken, okay. Aber auch cool, dass sobald wir reden auch hier diese Augen, Mund und so leuchtet. Kurz auf, blinkt. Seit Jenny zu verlassen, habe ich nicht mehr Musik hören. Schau mal hier. Das ist ich in der Polizeiakademie. Nein, nicht das Film. Oh, Jenny. Polizeiakademie, nicht der Film. Auch nicht schlecht. Okay, wir können jetzt, wie wir sehen, Ziel. Drive to the electric sheet bar. Energie. Mal schauen, was uns erwartet. Electric sheet. The electric sheet bar was a dirty old-fashioned saloon. I liked the place. It was so cozy you could almost believe it was built for humans. I sat there for a couple of hours and waited for my old boss to show up. We're closing up the place. Let me give you your last round on the house. It was good to see you again. Oh, on the house. Cool. Thanks. Bartender Bot, 542A. Hey, you remember my name? Of course I did. Is it okay, if I sit here a little longer? I'm waiting for someone. Sure. Take your time. What a waste of time. What a waste of time. Hey, 109. Sorry I'm late. Oh. You know how it is. It's nice to see you too, Sergeant. I was just about to leave. They're done serving for the night. Just my luck. Do you mind if I take a sip of your drink? Ja, come. Ich bin nicht so. Hey, help yourself. I knew I could count on you. Der da hinten hat schon fertig. Oder doch nicht? Ah, doch noch nicht. Ah, oh, I needed that. I've been so rusty lately. You're welcome. Well, we can sit here and babble on about the good old days. Or we can cut to the chase. I'm investigating the murder of a close friend of mine. Senator Merrick. He was found buried in the wasteland. Someone shot him. And get this. His bank account is totally empty. Hmm. You don't say. Do you have any suspects? I tried to get a hold of his wife. You know Jenny Montage, right? Yeah, I've heard of her. Well, she's gone off the radar. Hasn't shot a movie in a year. I always suspected she's a dangerous name. But Merrick wouldn't listen. So, you think the greedy actress killed her husband and fled with the money? Nah, she was built to be pretty and say her lines. She wouldn't have what it takes to pull the trigger. My guess is that she hired some ex-cop to do the dirty job for her. After all, we were built for trouble. Okay. Also, er hatte gesagt, er, seine, seine, ähm, Rede nach oder seinen Gedanken nach hat, äh, sie einen ex-cop engagiert, der das, äh, erledigt hat, also den Typ erledigt hat. I want to call a lawyer. Also, anwalt anrufen. What do I have to do with it? Jenny... Ah, genau ablenken. Jenny macht das auch nicht. I don't think Jenny would hire someone to hit the senator. Not unless you was in danger herself. Huh? How would you know? Uh... I've, I've seen her movies. She didn't come across the way. Don't believe everything you see on the screen, 109. How did you know the senator? What do I have to do with it? How did you know Senator Merrick? I've known him my whole life. We actually came out from the same factory. I'll do whatever it takes to find whoever helped Jenny take him down. Okay, I can tell her longer. It's a nice story, but I don't see what I have to do with it. Well... I need your help with this investigation. Huh. I don't know about that. Come on! We had a lot of fun back in the day, didn't we? Cracking cases together. Catching the bad guys. You, me, John. I thought you weren't gonna babble on about the good old days. We both know it wasn't just fun and games. Listen, there's something strange going on with this case. While searching Merrick's mansion, I found some kind of a mysterious device. I've never seen anything like it before. Can't you at least look at it for me? What kind of a mysterious device? It's classified evidence, 109. You can't share it with anyone. I'm only giving it to you because you were a detective. And I know I can trust you. Go to T3 in High Street. Charts have been fired. We've got Dr. Dale. Unit 52 here. I'm heading there right now. Well, this miserable city ain't gonna protect itself. Okay. Phew. I was sure you had something on me. But apparently you gave me a solid lead. I thought we were just here, but... empty glasses and bottles. Someone should clean them up. I never got why they call it the blues. That's Drunkhead. Can you guess why they call him that? That's right, because of his head. Drunkhead. Drunkhead, genau. Der hat n... Dings wie... Wie so'n... Wie so'n Krug, ne? Einen Kopf wie'n Krug. So. Evidence. Was haben wir denn hier? Okay. Wow. Wow. Was ist jetzt? Eins. Ich hasse solche Spiele. Oh Gott. Ich hab mich verdrückt. Ich hab mich verdrückt. Also. Ich hab mich verdrückt. Oh Gott sei Dank, boah, ich bin in sowas nicht gut, wow, jetzt müssen wir dahin wahrscheinlich, okay, es ist ein Ashtray filled with the night's worth of nuts and bolts nuts and bolts oh hey there who are you that's not the way to use a film reel ich hab mir schon gedacht dass die uns nicht kann man hier irgendwas nehmen und da rein pfeffern wir müssen irgendwas kaputt machen damit die sauber macht ne würde ich mal drauf tippen I've never had a conversation with that guy and tonight won't be any different guck mal go screw since the day I was built I've been trying to quit still not enough smoke to get it working hmm it'll just put off the screw garrett I don't want to make a mess I don't want to make a mess I'm done with distilled motor oil well I'm not as young as I used to be I don't want to make a mess still not enough smoke to get it working burning classified evidence yeah I know what you're thinking best detective ever haha there's no way I'm cleaning this up just hau ab keiner mag dich so the water short circuited this projector and burned its light source ah it's hot I was going to say that it's too hot so now but now we have Kino hello mr. x I am the magician and I want to share with you a little secret of mine that's why I wanted to invite you to a private show orange you lucky now I want you to imagine something anything you wish to see here on the screen don't be shy now count with me three two one and ta-da it's me the one and only Jenny Montage say hello to mr. x my dear Jenny hello mr. x I want you to know that I fell in love with the magician and forgot all about you oh Jenny you're the best assistant the magician could ever hope for die haben sich jetzt im ineinander verliebt der die bestimmt irgendwie hier gehirn manipuliert roboter gehirn roboter now that you that was only a preview if you want to see Jenny again come to the lighthouse by yourself I'll know when you watch this you have one hour to be here and bring this suitcase with you you know what suitcase I'm talking about Der Koffer? Die Koffer mit dem Geld? Wahrscheinlich. Okay. Aber Gas gegeben. Da haben wir den Koffer drauf. Ich glaube, der lag zu Hause. Den habe ich irgendwie im Augenwinkel gesehen. Think before you act, Philip. Ah, guck mal her. Noch mal so ein Spiel. Och nö. Och nö. Das war einfacher. Auch nur geraten, aber... Der Koffer? Hallo, Herr X. Und willkommen zum alten Lichthaus. Das am meisten romantischen Ort in der Stadt. Oh, ich bin sorry, dass ich die Nacht nicht verlassen kann. Aber... Es gibt jemand anderes hier, um dich zu entfalten. Und du... Nö. Nö. Sie ist tot, um dich zu sehen. Aber der steht jetzt wieder komisch, ne? Was anderes können wir nicht machen, ne? Da haben wir... Da ist die Stadt. Nö. Okay. Hier sehen wir diesen Effekt aus. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der im Video auftritt. Muss ich mir nachher später mal anschauen. Kann auch sein, dass es so gewollt ist, ne? Was so... Punktuell aussieht. So. Es scheint, wie eine Hand mit einem weißen Knopf zu sein. Es sieht, wie diese Hand etwas will. Ach so. Ich habe nie gedacht, ich würde das sagen. Bestimmt das Geld. Es ist nur eine Sache, die ich für dieses Geld benutze. Haben wir sonst noch was? Das ist nicht der Weg, um ein Filmreel zu benutzen. Okay. Passiert hier irgendwas? Losschrauben kann ich das Ding nicht oder? Das ist nicht der Weg, ein Filmreel zu benutzen. Da fehlt ein Zahnrad. Okay, haben wir unten was? Gehen wir mal ganz kurz nach unten. Können wir da irgendwas gebrauchen? Nein. Ich hänge jetzt schon. Guck mal, hier kann man auch noch hingehen. Das übersieht man schnell, aber hier ist auch mal fast gar nichts. Vielleicht hat der irgendein Zahnrad. Das ist eine Karte. Ich kann nicht sehen, wie das mir helfen wird. Halt mich. Okay, das sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Muss mal gucken, was wir mit der Karte machen können. Eintrittskarte? Ah, der Bauter ist draußen ins Zahnrad. 100 Pro. Da komm, gib her. Ja. Let me in. Nächstes Rätsel. Schallplatte. Es ist verbunden mit einer Karte. Also, was geht da? Okay. Schon mal gut gefunden, ne? Guck mal, der kleine Roboter da. Der ist zu. Hm. Schau mal, hier haben wir irgendwo... Irgendwo muss ein Hebel noch fehlen, oder? Hier? Nope. No, nope. Da! Yes, 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 yes. Eine Energiequelle. Wo könnte die reinkommen? Da? I can't see anything interesting about it. I can't see anything interesting about it. I can't see anything interesting about it. Guck mal, das ist aus dem Video, das Ding. Kommen, wir tun es erstmal da rein. Ich ziehe es mal am Hebel. Oh je, das sieht ja gruselig aus. Okay, wir müssen den greifen. Wir müssen uns jetzt hier wahrscheinlich irgendwie verdienen. Zahnräder. Zahnräder. Okay, jetzt... Die ist zweite. Okay, okay. Rechts. Mitte. Rechts. Rechts. Da. Ach, das war... Verarsche. Okay. Egal, egal wo ich mache, der war gerade wieder, glaube ich, hier. Rechts. Eigentlich ist er rechts. Okay, haben wir keine Chance. Nächstes Spiel. Oh je. Wir müssen alles weiß kriegen, ne? So Spiele sind nix für mich, ehrlich nicht. Was passiert denn hier? Alle Umliegenden werden negiert. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. Jawoll. Schallplatte brauchen wir auch, hier unten. Okay, komm, diese rein. Wir können noch was anderes machen hier. Ach, guck mal hier, Jack in the Box. Links. Ich sehe kein Muster da drin, woran ich dann erkenne, dass die da ist, weil die war links, da bin ich mir sicher. Ich mach jetzt einfach da. Die ist noch immer da, wo sie war. Rechts, links, Mitte. Okay, wir gehen erstmal runter, füllen mal die ganzen Sachen aus, die wir jetzt haben. Da oben. Schallplatte. Schallplatte. Wo kommen die Energiequellen hin? Da oben? Nee, auch nicht. Ja, ich kann nichts beherausbringchen. Ich kann nichts beherausbring. Ich kann nichts beherausbring. think. Mit versteckten. Oh, 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 oh. Huh? Have you figured out why I gave you this name, Mr. X? It's a funny story. When I finally got my hands on Jenny, I did everything I could to make her talk. But she wouldn't tell me anything about her ex-lover. She wanted to keep you safe. So I killed her. But it wasn't goodbye. You know exactly what I'm talking about. Am I right, Mr. X? I don't blame you. I learned about the Saphir-Nucleus from Senator Miller. Okay. I knew that using her, I could put on the perfect show. Again, and again, and again, 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 again. Okay, with the Sunsticks can we do something that tastes like that. Ich kann... 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 Aha, und jetzt? Kann ich das für oben nutzen? Das probieren wir oben aus. Vielleicht kann Ich dann sehen, was die da machen. I better think of something else. Kann ich die irgendwie? Ich probiere einfach nochmal. Rechts. Links. Letzte. Okay, das ist es nicht. Okay. Es geht höher. Es geht höher, okay. Ah, hier haben wir jetzt Energiezellen. So, jetzt müssen wir die drehen. Wahrscheinlich so, dass auch unten noch was ankommt. Jetzt wahrscheinlich so, dass... So, die haben wir schon mal. Aber die fehlt, okay. Okay. Und dann können wir so nicht machen. Der noch ein bisschen dreht vielleicht? Aha. Ich weiß nicht, ob ich was richtig ist, was ich hier mache. Aber wir hangeln uns mal irgendwie durch. Wir schauen mal, ob wir irgendwie was Sinnvolles hinbekommen. So. Ähm. Noch so'n Teil? Aber... I better think of something else. Was wir damit jetzt machen können, weiß ich immer noch nicht. Aber wir kommen von Tagen zu Tagen höher. Ist ja schon mal raus. wieder mehrere Spiele. Wieder mehrere Spiele. Vergess dich immer, man kann auch mit dem Thumbstick die Hand dann bewegen. natürlich ein bisschen bequemer, als wenn man sich so verrenken muss. Und man kann ein bisschen genauer arbeiten. Okay. Now what? Kann man das kombinieren? I better think of something else. Okay. Das ist ein Zahnrad. Aber das kann ich nicht nehmen. Was ich jetzt machen soll, weiß ich nicht. Was ich jetzt machen soll, weiß ich nicht. Was ich jetzt machen soll, weiß ich nicht. Was ich jetzt machen soll? Ja! Was ich jetzt machen soll, weiß ich nicht. Ich muss nicht wieder ein bisschen mehr funktionieren, ich muss mal nichts machen. Wir brauchen alles zusammen, wir brauchen zu nehmen, Also keine Ahnung was ich jetzt hier machen soll. Ne, ich weiß nicht ob das eine Maschine ist für unten, probieren wir einfach mal, wir packen jetzt alle mal nach links und dann gehen wir nochmal runter. Mal gucken ob das jetzt nach links packt. Wir suchen jetzt einfach links aus. Ist egal was der da jetzt macht. Aha. Überlistet. Das war jetzt das einzige was irgendwie logisch erschien. Die Knöpfe sind weg. Ist auch gut dass man sieht okay das ist jetzt hier vorbei das Rätsel. Man muss weiter. Weil sonst hängt man sich ab und zu an irgendwas auf. Das sieht schon gruselig aus. Okay jetzt haben wir hier Bilder. Uns fehlt jetzt aber ein Bild. Ein Bild fehlt uns. Hier muss noch eins rauskommen. Woran erkenne ich welchen Code wir hier brauchen. Warte mal. irgendwo muss man das dann erkennen können. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lampen. Ach. Oben an der Decke. Acht Lampen, acht Lampen. Muss hier auch was dran. Der Code kann jetzt alles sein. Gucken nochmal wo irgendwo was sehen. Hier sind alle aus. Müssen wir dann oben auch alle ausmachen. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ah guck mal. 1, 2. Also die ersten beiden, eine frei, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, die ersten beiden. Ah, jetzt müssen wir wieder runter, sonst hat die ganze Anlage keine Versorgung. Die ersten beiden, eine frei, dann die an und die. I better think of something else. Oh je. War gar nicht so einfach jetzt. Oh Jenny. Spring nicht. Aber dann wäre das Spiel ja auch vorbei, oder? Ich bin hier, Jenny. Ich habe es geschafft. Du bist einfach gut. Jetzt kommen wir dich nach Hause. Also? Du musst sein mein Ex-Lover. Es ist wunderschön, endlich zu treffen. Ich bin hier. Was meinst du? Du bist nicht so einfach, was du? Es ist mir. Du kennst mich. Ich bin sorry. Ich habe meine Erinnerung so viele Male, seit unserer kleinen Affair. Ich bin mit der Magistin jetzt. Wir haben ein, auf und auf, kind of, Ding. Das tut alles fresh. Wie es die erste Mal. Das ist ebenso, Jenny. Ja? Also, Jenny? Du hast mich nicht so richtig gemacht. Du hast dich nicht. Du hast dich nicht. Du hast dich einen Autofahrung. Aber nicht mit die anderen assessing dich. Du hast mich ja ganz schön gemacht. Nämlich zu mir auch, was du bist. Ich weiß sehr, was du bist. Und ich werde dich nicht wahrnehmen, der Sapphire Nucleus. Du hast dich nicht so viel Zeit langs. Um, die heute ist so viele Jahre und ich, auf sich selbst zu machen. Ich werde diese Schreckliche Angst haben, dass ich dich in einer Gutter findest. Aber das ist das Schmerz, Jenny. Hm. Du hast nicht so gesehen, wie der Magistin mir gesagt hat. Ich dachte, du wärst ein repulsives Robot. Ich weiß nicht, es ist alles sehr confusing. Was hat der Magistin mir gesagt hat? Er weiß nicht meine realen Namen. Er hat mir gesagt, dass du ein altes Schmerz bist, und dass du mich verabschied hast. Das ist eine totale Lieb. Du bist derjenige, die in meine Arbeit gekommen ist. Du hast für meine Hilfe. Und ich werde dir helfen, Jenny. Immer. Auch wenn du mir nicht möchtest. Aber Herr X. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du sehen in einem Moment. Aber ich brauche das Geld. Das Geld ist für die Magistin. In exchange für deine Freiheit. Das ist wie das Geld geht. Du denkst, das ist ein Spiel? Gib mir das Geld. Just gib mir das Geld, Mr. X. Es gibt keine andere Art. Bist du deaf? Gib mir das Geld, Mr. X. Ja. Ja. Ich versuche mich nicht zu retten. Du bist kein anderes Spiel für dich. Ja. 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 Das geht jetzt eh nicht Jenny Ladies and gentlemen I give you Jenny Montan Good evening ladies and gentlemen The routine I'm about to perform is called the deadly money fall As you can see, I'm holding a suitcase filled with my ex husband's money But, it's not wise to play around with stolen money and forbidden affairs Oh, I must be punished for my bad deeds I must jump to my death And before I hit the ground, the money will magically disappear And I will be pure once again Are you ready ladies and gentlemen? Jump Jenny, now! We can't do anything Don't move, I'm coming to get you No! I am the star of this show And the audience is waiting There is no one here, it's just the two of us Just the two of us I know that there's a voice in you that tells you not to jump Listen to that voice It was nice knowing you Mr. X My name is Philip, you knew that once I really was wrong about you Philip You're not repulsive You're a cutie Goodbye Jenny! Oh yeah I thank you for the money Mr. X We should do this again sometime Bye bye! What's going on? Everything is gone Where is everything? Everything is gone Hold it right there pal Eddie's Hank, I know that guy What are you doing here 109? Move away Scooborg, let me help Jenny Why don't you tell me what's going on 109? I didn't do anything, it's the magician He's behind everything The magician? Come on Philip, he's not real He's just an urban legend, criminals tell to spook each other out What about the envelope you gave me? The device you want me to inspect? I have no idea what you're talking about Don't you remember? Say, why don't you come back to the station? We can drink something to grease up your rusty memory cards Do I have a choice? No, you don't What is that hell? So, he's going to the police presidium And I think here's the end, right? Or not yet? No, 100% Sergeant Scooborg didn't even investigate me When we got to the station, he locked me up and gave me a cold stare with his one eye as if he had something to say but then he silently left I spent a sleep-mode-less night in my cell trying to make sense of what happened The magician tricked me and nothing seems to be real anymore Only the death penalty hanging over my head Hmm Cool, also from the story her echt cool Gefällt mir Ja, das war der Der erste Teil Oder die erste Episode vom zweiten Teil Mir hat's richtig gut gefallen Vom Storytelling her Von den Rätseln, die waren vollkommen in Ordnung Bis auf das eine, wo man immer wieder dieses Memory spielen muss Ansonsten Richtig, richtig cool Ich mag solche Spiele Point & Click Adventure Gefallen mir Es wäre besser gewesen, wenn eine deutsche Übersetzung da gewesen wäre Vielleicht sogar eine deutsche Sprachausgabe Aber gut, das werden wir nicht erreichen Aber deutsche Untertitel wären schon mal nicht schlecht Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht Ich werde auf jeden Fall Episode 2, 3 und 4 auch noch hier auf meinem Kanal zeigen Ich hoffe, euch hat's gefallen Wenn ja, auf jeden Fall Like raus, Abo-Button nicht vergessen Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschüss!